So, bleib! So, bleib! Bleib! Wo ist das vorbei? Ich kann nicht stehen, wenn du das nicht los hast. Ich weiß, warum das so ist. Weil du immer wieder sagst, bleib! Und dann meint sie, du sagst... Dann meint sie, du musst laufen, wenn du gar nichts sagst. Wenn du mal gar nichts sagst. Das ist, glaube ich, besser. Versuch es halt einmal. Nein, nein, sie muss auf das Wort warten. Das muss ich immer sagen. Aber du willst gar nichts sagen, bleib, bleib, bleib. Das gar nicht sagen. Mal versuchen. Okay. Das gar nicht sagen. Nein. 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 Okay. 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 Oh, da waren wir jetzt. Mal probieren. Mal probieren. Jetzt gehen wir. Genau, der ist.